hallo wir sind heute in Riedlingen auf der Schwäbischen Alb. Today we are in Riedlingen auf der Schwäbischen Alb. Das ist die Spitalbrücke und hier war auch früher mal die Stadtmauer und wir gehen jetzt in die Altstadt. This was an entrance in the city wall and now we are entering the city of Riedlingen and here on the side and here on the side have a very interesting house gefunden. Sorry. You can see here a house with two bells on the roof on the top. Also ein Haus mit zwei Glocken auf dem Dach und hier gegenüber auch ein sehr schönes Fachwerkhaus. Beautiful house on the left side. Und hier der erste Brunnen, the first fountain with a bishop sitting on it. And here a quite beautiful Chinese restaurant. Und hier noch ein Grieche und ein Chinese. Und hier und hier. 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 Und hier Das hier ist das Feuerwehrmuseum Museum of the Firefighters 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 Und hier auch noch ein schönes, kleines Fachwerkhaus, Riedlingen is well known because of its pants and some products for cooking. Und hier der nächste Brunnen, the next fountains, and as you can see a lot of very beautiful houses. Riedlingen liegt auch an der Donau und da kommen wir jetzt gleich auf der rechten Seite hin. Okay. Okay. Also Versteigrack. Riedern. 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 gleich sehen wir hier den schönsten brunnen so we can see the most beautiful fountain here in Riedling also a very beautiful place das ist hier auch ein ganz schöner Platz direkt an der Donau direkt an der Danube River den H-Suite in jeder Straße sieht man schöne Häuser wie hier im Hintergrund die Mühle und das hier ist die Donau der Danube River not very much water at the moment da ist nicht besonders viel Wasser drin hm so 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 und hier sehen wir dann gleich nochmal den Brunnen von oben hier we can see the fountain from uphill das hier ist die schwäbische Zeitung Und wir gehen jetzt direkt über die Donau, um die Stadt noch im Gesamtüberblick zu sehen. Zunächst geht es über die Erstenbrücke, hier über die Donau. Das ist die erste Brücke. Wir sind jetzt über die Donau. Hier sieht man also Riedlingen an der Donau etwas besser. In der Panoramaaufnahme. You can see a panorama auf Riedlingen at the river of Danube. Es ist friday afternoon, wir haben Freitagnachmittag schon nach 17 Uhr. Das heißt, die Schatten werden wieder länger. It's half past five in the afternoon. The shadows are getting longer on September the second. Bis man irgendwann um diese Zeit dann gar keine Videos mehr machen kann. Wenn wir die Straße noch weiter runter gehen würden, dann kommt man zu Silit. The Silit factory is walking down this road on the right side, but it's too far to go to Silit. Once again a view of Riedlingen. Und hier nochmal ein Blick auf die Altstadt von der Donau aus. Und dann geht's über die kleine Brücke wieder zurück auf die Insel. Then we walk over this smaller bridge back to the island. Modern art in the park. Hier gibt's Kunst im Park. But obviously no bridge back into town. Da gibt's also keine Brücke zurück. Wie ich gehofft habe. Da ist es schlecht. Sehr, sehr spät. Because I wanted to make a tour around the city. Ich wollte eigentlich hier wieder zurück in die Altstadt. Aber nun sehen sie nochmal alles aus einer anderen Perspektive. whirlwind hier. Und dann sehen sie mir das noch. Das ist für den ihr den dauersten. Das wird also spürbar ruhiger in der Stadt. Weil die Leute jetzt langsam nach Hause gehen. für das Abendessen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist schwierig am Hang zu parken, das weiß ich aus eigener Erfahrung, it's difficult to park your car hier on a slippery slope. Wir kommen zurück in die Innenstadt. Da war der Markt heute. Hier ist der nächste Fountain. Die Kirche und das Rathaus. Hier ist der Stadt Riedlingen. In where the mayor is residing can read the city of Riedlingen. Also hier das Rathaus, das schon vorher geschlossen hatte. Wenn du nach Riedlingen kommst, wenn du eine Toilette brauchst, dann kann ich den Toilette hier in der Stadt. Hier ist die Tower. Also hier die Toilette. Hier am Stadttorturm. Hier ist zugleich die einzige Toilette. Hier die einzige öffentliche Toilette. Hier kann man auch auf den Danube-River gehen. Hier ist ein großer Parkplatz. Und hier ist die andere Seite der Tower. Hier ist die Seite, oder die Hauptbahnhof-Riedlingen. Und dann... Hier ist die Kirche von Riedlingen direkt neben dem Stadttor, sehr malerisch gelegen. Hier nochmal das Rathaus, aber aus einer anderen Perspektive. Und ein schöner Garten, ein beautifuler Garten, hier in Town. Und ein schöner Garten. Und ein schöner Garten, ein schöner Garten. Und ein schöner Garten. Und ein schöner Garten, ein schöner Garten. Ein schöner Garten, ein schöner Garten. Ein schöner Garten. Ein schöner Garten. Ein schöner Garten. Der Markt ist closing now. Man hört, wie der Markt nun geschlossen wird. Der Markt ist geschlossen. Das merkt man auch, sie muss jetzt zum anderen Arzt und bla bla bla. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir gehen wieder zurück zum Ausgangspunkt. Mit ABBA im Hintergrund verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Welches aus einer ähnlich klingenden Stadt kommen wird. Ich hoffe, dass es aus Reutlingen sein wird. Und wir gehen wieder zurück zum Ausgangspunkt. 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 Wir gehen wieder zurück zum Ausgangspunkt.